gut dann wollen wir mal sehen also wir kaufen uns davon würde ich sagen direkt mal das maximum für eine millionen hundert stück und natürlich brauchen wir dann hier auch noch die entsprechenden löffel zu dafür fünf millionen hundert stück was soll's silber lines hat man ja mehr als genug besser gesagt schneide ich zusammen denn die videos hier können nur 60 sekunden lang sein so das war's hundert mal eine niete würde ich sagen